Harz und herzlich, der TikToker Pascal berichtet seiner Mutter Petra stolz von einem neuen Meilenstein. Das ist der nächste Schritt in seinem Leben. In der achten Staffel der Kultserie, Harz und herzlich, begleiten Zuschauer in ganz Deutschland die Bewohner der bekannten Benz-Baracken. Besonders beliebt ist die achtköpfige Familie von Elvis und Katrin. Doch auch die Familie rund um Petra, Pascal und Selina zeigt besonders, wie man als Bürgergeldempfänger Themen wie das Erwachsenwerden angeht und trotz Meinungsverschiedenheiten immer zusammenhält. Darüber berichtet Mannheim24. Harz und herzlich, auf RTLZWII, TV-Nachwuchs Pascal hält Arbeitsvertrag in Händen. Der älteste Spross von Petra, der 21-jährige Pascal, teilt seiner Mutter freudige Nachrichten mit. Der Bürgergeldempfänger, der noch bei seiner Mutter lebt, hat ein Jobangebot und außerdem einen Arbeitsvertrag bei einer Zeitarbeitsfirma erhalten. Petra kommentiert die gute Botschaft schnell mit einem, Wahnsinn, Pascal, Soba, und erwähnt, dass es sich bei dem Vertrag um eine Leiharbeiterstelle handelt. Pascal zeigt stolz die Unterlagen und seinen Arbeitsvertrag, woraufhin Petra hinzufügt, ist zwar nur eine Leihfirma, aber besser als gar nichts. Pascal soll im Versandlager arbeiten und wird eine Stelle im Schichtbetrieb antreten. Es gibt zwei Schichten, einmal von 6 bis 14 Uhr und die nächste Schicht ist dann von 14 bis 22 Uhr, erklärt Pascal in der Sozialdoku auf RTLZWII. Harz und herzlich, Petra ist stolz auf ihren Sohn Pascal, besser wie gar nichts. Obwohl die Stelle ein, einfacher Job, sei, da, man nur Ware öffnen und in einem anderen Päckchen verpacken muss, möchte sich Pascal nicht so viel Verantwortung aufbürden. Seine Zukunftspläne sorgen kurzzeitig für Diskussion, da sein Verdienst mit rund 12 Euro pro Stunde noch etwas höher ausfallen könnte. Besser wie gar nichts, findet Mutter Petra. Der, Harz und herzlich, Darsteller legt direkt seine Vertragskonditionen offen. Ich verdiene 1800 Euro im Monat brutto. Netto sind wir dann vielleicht bei 1400 oder 1300 Euro. Wenn man überlegt, dass ich im Monat die ganze Zeit nur 165 Euro vom Jobcenter bekommen habe. Schon gewusst? Die, Harz und herzlich, Familie zog zwischenzeitlich von Mannheim nach Dessau um. Harz und herzlich, in den Benz-Baracken? Pascal bekommt Arbeitsvertrag bei einer Zeitarbeitsfirma. Doch das sind nicht die einzigen Zukunftspläne des 21-Jährigen. Der, Harz und herzlich, Teilnehmer bringt gemeinsam mit seiner Schwester und seiner Mutter einen eigenen Song heraus. Die Musikindustrie interessiert sie besonders. Doch der Arbeitsvertrag bei der Zeitarbeitsfirma ist für Pascal ein Meilenstein auf dem Weg in eine Zukunft ohne Abhängigkeit vom Amt. Mutter Petra zeigt sich stolz. Es ist zwar nur eine Leihfirma und keine Leerstelle. Aber dafür hat er jetzt erst einmal was. Wenn er sich gut anstellt, kann es sein, dass die Firma ihn übernimmt. Dann kann keiner mehr sagen, er schmarotzt sich durch. Er lebt vom Staat. Untertitelung des Vizeit Kilkes